das war ja was das sieht ja heute nicht nicht mehr so aus aber Doom 3 Doom 3 war ja früher was ich weiß gar nicht wie lang das geht warte es gibt auch so eine wunderbare Seite die mir das verrät How to beat How long to beat how long to beat Doom Doom 3 11 Stunden 11 Stunden ich dachte jetzt sind das so 3 Stunden oder so da hätte ich das mal kurz kurz so in den Stream reingeschoben und gespielt aber so 11 Stunden das wären ja 3 oder 4 Streams Och ja Stimmt ich hab ja die die ganzen Resident Evil Teile Ich hab ja irgendwie äh ab also ich hab die originalen 4, 5, 6 ich hab Resident Evil 0 Oh ich hab ein paar Resident Evil 7, 8 7 und 8 dann die äh alten 9 also Resident Evil Remake also Resident Evil 2 Remake Resident Evil 3 Remake Resident Evil 4 Remake Oh die könnte ich auch alle im Stream spielen aber das sind alles so Spiele die dauern auch 5 Jahrhunderte Internet sag mir doch mal wie lange Resident Evil 2 Remake dauert 8 Stunden Resident Evil 3 Remake dauert 6 Stunden Resident Evil 4 Remake dauert 16 Stunden Resident Evil 7 9 Stunden Resident Evil Village also 8 9 Stunden das Original Resident Evil 4 von 2005 15 Stunden Resident Evil 5 12 Stunden Resident Evil 6 21 Stunden Ja gut Also also selbst der erste für die Playstation ja Resident Evil 96 dauerte damals schon wenn du es komplett spielst also alles wirklich alles in diesem Spiel machst 15 Stunden und wenn du nur die Story spielst sieben schon ist ja trotzdem so viel so viel hier gibt es sogar Leute die jedes Resident Evil in so einem Playlist reingepackt haben also wirklich alle Resident Evil und wenn du die alle spielst alle dauern die insgesamt 20 Tage und 13 Stunden das wow wow wirklich wow das neue Spider-Man 18 Stunden bei Deus Gate 3 ich hab ein bisschen gespielt um nur die Main Story zu spielen 55 Stunden um alles zu spielen 144 Stunden das ist doch boah da eins meiner Lieblingsspiele oder das absolute Lieblingsspiel von mir The Witcher 3 Wild Hunt boah wenn du das komplett also alles spielst wirklich alles in diesem Spiel brauchst du dafür 173 Stunden aber es ist so gut es lohnt sich so sehr wirklich es lohnt sich so sehr dieses Spiel man muss natürlich reinfinden sonst sonst isch das nix also man muss da wirklich reinfinden auch die Bioshock oh die brauchen auch so lange gibt es hier nicht ein Spiel was so 3 Stunden und dann ist gut oder so ja so es gibt ein Spiel das heißt The Awesome Adventures of Captain Spirit ich hab irgendwie mal vor Jahren mal angefangen mal auch als Video das ich hab das nie wirklich durchgezogen ich müsste das mal durchziehen das dauert auch nur insgesamt was war das 2 Stunden oder so also das ist gar nicht so lang das ja genau wenn du alles in dem Spiel machst wirklich alles 2 Stunden das wäre so ein Spiel das könnte man nebenbei irgendwie mal reinpacken und das ist dann auch so das ist eine schöne Geschichte dauert auch nicht so lange kann man glaube mal einpacken um das einfach mal mitzunehmen um auch das schöne ist wenn ich hier Livestream ich kann ja alles spielen was ich will ist ja scheißegal wenn ich Bock drauf hab dann mach ich das ja das schöne ist daran dass ich auch gleichzeitig mir was ich hier im Livestream mach kann ich ja auch gleichzeitig sagen ok kommt als Video oder dann kommen hier irgendwelche so wie zum Beispiel vorhin das Fortnite Event ich werde das als Video einfach machen da wird das als Video weiß ich nicht Montag kommen oder so oder morgen vielleicht schon muss ich mal gucken aber sowas wie Captain Spirit das kannst du mitnehmen kannst du drei Folgen machen und zack hast du es einfach äh hast du drei Folgen noch auf YouTube oder hast du also als Videos und dann hast du nochmal schön extra sowas drin das Problem ist ja dass Fortnite halt jetzt diese Warteschlager hat und ich halt Fortnite nicht mehr spielen kann oder erst in Stunden was ich auch noch habe ist dass hier ein Spiel drin ist aber ich gar kein Spiel reinmachen werde und dahinter schreibe und andere Spiele so da ist jetzt gar kein Spiel drin weil ist so weil egal was ich spiele ist ja jetzt so ist jetzt so Also das nächste was ich mir überlegt habe um meinen Stream zu verbessern ist halt eine bessere Kamera weil Audio ist ja soweit äh okay bis gut so natürlich kann man da wahrscheinlich noch Sachen einstellen und machen und tun aber ist ja jetzt nicht äh so komplett scheiße irgendwie das nächste zum Verbessern vom Livestream wäre ja eine Kamera plus ähm also Licht habe ich so ist ja nicht also eine bessere Kamera und dann halt irgendwie noch so ähm Design mäßig also das äh halt dann später so äh Abos und sowas angezeigt werden ja also dann noch so ein Start und End Screen und so dass das das so ein bisschen äh noch mit reinkommt ja und dann ist ja gut to go was ich ja sonst äh mache ist ja ist ja dann nichts also wenn ich jetzt hier äh sitze ist ja muss ich ja nichts dran verbessern nö ich muss also das das allernächste ist eigentlich Kamera und das Design mäßige im äh Stream das kann halt noch ein bisschen dauern ist ja nicht ist ja nicht so ja da muss ich mir noch ein bisschen was überlegen aber da kann ich mir bestimmt auch was basteln sonst nicht und dann schau wir mal ich ich hätte einfach aus vordern nicht raus gehen warum bin ich denn rausgegangen also wirklich warum warum bin ich denn aus Fortnite rausgegangen hätten wir jetzt noch ein paar guten Fortnite gespielt aber okay ich hab das Event mitgenommen und so ist okay machen wir jetzt was anderes schauen wir mal ja und dann schauen wir mal das Problem ist wenn ich das so wie heute mache und nicht genau weiß also das große Ding war ja jetzt dieses Fortnite Event mitzunehmen aber wenn ich nicht weiß danach was ich noch spiele ich muss mal gucken ob ich so ein universal Livestream Ding also so ein Thumbnail für einen Livestream so ein allgemeines Ding so ein allgemeines Ding mache was halt nicht unbedingt das Spiel aussagt so wie heute aber heute war es ja auch dieses Special Live Event halt ja ja schauen wir mal irgendwie irgendwie wird das irgendwie wird das was ich mich frage ich muss eine Sache testen äh das nicht ach doch warum ist das rot also man sieht sogar Chat Nachrichten jetzt nur sie sind rot und der Text ist wahrscheinlich schwarz oder so ja okay dann müsste ich mir dann müsste ich mir noch was überlegen ja das sind alles so Sachen die kann man die nimmt man mit und dann ist gut ja okay Vielen Dank.